so und damit herzlich willkommen auch auf youtube zu einer weiteren session red dead redemption 2 was heute wieder anstellen kann aber ich sehe gerade noch eine mission vom touch offen alles fertig muss glaube ich noch holen weil na es sind dinge passiert es sind dinge passiert sekunde man wird mit deutsch sprechen ja gut und dann muss ich mal kurz die oder war da ich mache zum handy wenn ich mein pferd herruf ich muss mal kurz dinge so kurz meine heizung ist noch untertreten sekunden 22 grad ist zu viel und war 20,5 schnell per app umstellt hier so wie viel kohle haben wir dann auf 566 scheiße okay da brauchen wir noch ein bisschen mehr kohle gucken wir mal fortschritt was da so geht wo waren wir denn da stehen geblieben was war denn bandit zu tun nach dass 50 dollar clown reitkunst da nur noch zwei offen was auch das war das ja noch blackwater der arme araber der das nicht so weggesteckt mit waffen drei gegner ohne die waffe zu wechseln oder nachzuladen okay das wird auch ein bisschen tricky nennen wir es tricky nennen wir es tricky aber erstmal müssen wir wieder geld sparen für den arme weil das war schon ein mega geiles pferd quals ist ja hat anders jetzt kohal 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 du willst du deine du kannst deinem für die du bist du kannst du Danke für eure Wettbewerbs. Gerne noch. Weil mit dem Fett geht er echt gar nicht. Das hat ja nichts. Was hat das? Wir brauchen auf jeden Fall wieder den Alarber. Fährt kein Weg, kann vorbei. Das wieder. Ach, das wieder. Jedes Mal erwischt es mich wieder. So ein Scheiß. Ja, ich weiß, dass ich hier Pferde kaufen kann, aber... Meins ist ja leider tot. Es stehen Pieces, ey. Das Bandit-Ding, das wollen wir heute noch machen. Ich weiß nicht, ob es gleich in der Folge passiert, aber... Auf jeden Fall müssen wir das heute noch machen. Äh... Warum? Mal bis dann hier die 50 Dollar. Die werdet ihr mal irgendwo rauben können, ne? Vielleicht hier auf so einer abgelegenen Farm oder so. Also, das ist jetzt eine Fabrik, aber... Ne? An irgendeinem abgelegenen Ort, wo man die Leute ein bisschen überfallen kann. Oder dass gleich die Sheriffs da sind. Und am besten ohne zu viel Zeugen. Weil... Nicht wie letztes Mal, dass das hier... Wie auf dem Feld hier, ne? Rechts. Wo ich das jetzt gerade sehe. Da ist ja auch ein bisschen eskaliert. Ich bin schneller... Aber nicht viel, ey. Leider nicht viel. Drei Leute entwaffnen, das wird auch so ein bisschen Tricky, ey. Da muss man ganz genau auf die Waffe schießen. Und die müssen dann relativ nah vor mir stehen. Dass ich die Waffe auch treffe. Und dann halt gleich von drei Leuten, ey. Das ist... Das könnte ein bisschen... Sich als Tricky rausstellen. Na, okay. Taki-Bärben war hier rein. Okay, das war jetzt schlecht für die Gesundheit. Und es war mal ein bisschen was hier. So. Nehmlich. Nehmlich, nehmlich, nehmlich. Ja, aber das Pferde ist echt folgt. Da haben wir 1.000 Dollar und wie lange hat's gehoben? 2, 3 Folgen? Oder so? Was hab ich hier irgendwie noch für ein Pferd? Ich hab noch das da. Ach Gott. Nur Kackpferde. Ah ne, ich hab ja noch mein Ding. Theoretisch hab ich noch meinst aus der Collector's Edition. Aus der Ultimate Edition. Ja, servus. Was geht? Ja. Ja. Das war ziemlich schlecht. Ja. In every sense. Ach, ich muss wieder da hochlaufen und im Lager kann er noch nicht rennen, der Typ. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, sag ich euch ja. Mein Gott. Ja, ja. Servus, Dutsch. So, Arthur, you get the deciding vote. Was? We take an insult and scurry off like cockroaches? A deal with business the right way. We don't need to take revenge, we hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now I know his type. He is a vindictive little power broker who rules my fear. Now we pull that stunt in his cesspit of a town. We're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. I just don't feel good Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pour. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital. And we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well... Business is business. Hmm. Business is business. Angela Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur. Come on. You better be right about this one. I am. I am. I've heard that before. And usually I've been right. If you say so. Quit doubting Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. Nice. About a boat. A man with a boat. A boat? We're headed to a settlement called LaGras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station. So he'll be expecting some kind of reprisal. Alright. Okay. Makes sense. See? I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Not on. Okay. Follow me. Right on. Thank you. For what? For taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Jose has lost his spine. This move on Bronte. Is it for the bank job? Or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in Sandini in his back pocket. He also set us up. And lest we forget, took young Jack. I understand. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. Well, that's good. With all due respect Dutch, is this Tahiti plan really gonna work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some god damn faith. Hey, Arthur. I'm just a fool. 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 I can't say that. ich bin driscoll ja wir müssen uns und so hab ich das klar gemacht ich fühle mich, ich gehe in die Cirkel mit alle von euch Micah ist der einzige, der noch übrig ist ja, Micah ist kein Psyche 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 fm fm du kennst Angelo Bronte genau wir brauchen eine soziale wir hopen wir können uns in eine Nacht nach dem seiner wenn jemand kann ich kann wir für wenn du ihm mir mit Jules ich muss mit ich muss mit natürlich Arthur warum nicht klar aber sonst nicht zu tun wir können ihn Eliven minde es gibt viele 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 großartig Arthur es braucht mehr als ein freihistorisches Reptile für dich ich wache du du mit du mit wach du wach du wach du du wach du wach du wach du wach du du wach du wach denn dann ist der arfer die kippen Alles klar, naja easy. Ein goldenen Bonzenrevolver. Nichts drin, oder? Fisch. Das geht, das ist easy peasy. Das war eine Gatorne. Wiegzi? Oh, ich will vollkommen, Thomas. Du auch, Mr. Arthur. Du kannst sehen, warum Edmund und Schwab nicht auf die Zeit, oder? Ich liebe es hier. Nichts. Nichts. Die Nachtfolge sind, oder? Die Nachtfolge? Ja, einige strange Leute rund in diesen Kallen. Wilder als die Tiere. Das wird wie besser und besser. Ich habe jetzt ein Aragator. Ein Aragator kommt, oder? Mach es hoch! Weg sie mal auf! Ein Arag und wir sind weg, oder? Woa! Stop where you are. That's a Gator. Just stay and steal as you can. Okay, let's keep moving. I got another trap by that small island up here. I don't know what's taking Jewel so long with that boat. I think we are all equally keen to find her. Let's keep moving longer here as necessary. ich erfährt so eine hat schon das nicht gefressen hat die leute sind so unfreundlicher gestern den morgen so ist es wird auch die gobu mit dem top langen der beste ist haben wir uns am liebsten du bist man trage mich nicht ab wenn ich in unseren schlafen also hat abschnecht er drängt sich irgendwann fertig fertig mein Gott, es gibt keine Mühe von ihnen. Gute zu essen. Wir oder sie? Exakt. Komm schon. Exakt. Hm? Wir sind nicht in den Jewellen bis jetzt. Ich denke, wir sollten sich umdrehen, damit wir beide Seiten suchen. Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. What? Also, ja, Spinner. Na, er ist sich erstmal aus. Ein bisschen Kornbeef. Alter, wer will schon in dem Sumpf hier rumlaufen, ne? Das ist ne übelste Spinner. Ach, es ist ne Schwinner. Mal überschwester Spinner. Bum, 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 bum. Chus, hoffentlichen du! Verduk schon gleich im Suna als Anregator vorbeigefahren. Hallo! Hallo, was ist denn das? Hallo. Hallo? Hallo. Jules? 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 Hallo. Jules? Ich hab da irgendwas. Äh, da vorne leuchtet oder? Hey, Jules? Hä, hängt der da am Baum? Ich hab ja gespacet. Hey, du und der Treppe! Was machst du? Da ist ein Monster! Ein Monster! Du bist okay da? Da ist ein Monster! Woher? Mein Schiff hat mich nah an! Und wo geht er? Es ist da da! Was? Bigger Gator! Bigger Gator! Du musst dich wählen! Ja, wo ist der Boot? Da! Ich bin... Nein... Okay... Und wo ist dieser Monster? Ich denke, das ist ein Monster! Du musst dich wählen! Du musst dich wählen! Du musst dich wählen! Du musst dich wählen! Nein, Mann! Was ist der Ende jetzt? Ah, der will es nachher schieben, glaube ich! Du musst dich wählen! Hast du den Bock? Es ist hier drin! Sie sind in Höhe! Äh... Du musst dich wegziehen! Es ist guter Mann! Alright, wir gehen nach diesem Schiff. ich muss holen alle ein glück So, äh, wer sind diese Leute, Thomas? 2 neue Freunde von mir. Ich werde später erzählen. Jules, wir sind sehr froh, dass wir endlich mit dir gemacht haben. Ich dachte, dass ich hier alle Nacht sein könnte. Was machst du, wenn du in der Bühne bist? Der Bühne war großartig, Thomas. Einmal so großartig, als ich gesehen habe. Einmal so schrecklich. Ich denke, dass wir eine Bühne hatten. Ja, ich dachte, dass wir klar sind. Nee, 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 nee. Ah ja, Jules, ja, mach mal Jules. Zieh mal Jules. Ich bin nicht so weicher als Jules. Ja, ich bin nicht so weicher als Jules. C. Oh. Oh. Da weichen wurde. Komm schon, komm schon, ich komme, ich komme. Ich würde mich interessieren, was passiert. Wenn ich nichts gemacht hätte, wären wir wahrscheinlich noch bereit, oder? Scheiße, man, die Waffe hat sich in so schlechtem Zustand, aber der ist noch schlechter. Oh, da ist er. Ich komme, ich komme, ich habe dich gleich. Da müssen wir. Mal rein. Hat er noch einen Ball? Oh, oh, oh. Mann, schießt er. Hop, hop, hop. Ja, schneller geht's nicht, der ist nur ein Fettsack. Ja, 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 ich bin schon in der Weg, ey. Yo, darf ich auch noch ein? Ach, jetzt habe ich mein Ding da war, ey. Hey, sonne der B****, Arthur. Du bist okay, Jules. Just hold on. Ja, komm schon, schießt ihn. Er kommt mit Foss. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier, mach das, lass uns zu blöden. Du bist okay, son. Du bist okay. Du bist okay. Du bist okay, du bist okay. So was wäre gern wenn wir das ein bisschen häufiger machen müssen. So verbinden anlegen und sonst was. Boah. Jawohl. Ich drücke, ich drücke. Das ist bewusst. Ich denke, es wird okay, wenn er keinen Fieber bekommen. Wir können einen Fieber runterbringen. Ein Fieber ist das wenig unserer Wörter. Schau, wer ist zurück. Gott verdammt. Ja, 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 ich füße ja. Oh, ein Auto ziehen ist auf dem Controller ein bisschen schwierig. Na, glaube ich nicht, Alter. Glaube ich wirklich gar nicht. Geht bei ihm, ja. Genug zu schlafen. Prinzesschen. Oh mein Gott. Da ist ein Monster hier. Er hat gebeten, aber er ist tot. Ah! Lass ihn warm. Lass ihn mit dem Zutaten für die Infection. Danke. Both of you. Ich bin in deinem Service. Alles, was du braucht. Danke, Thomas. Wo können wir dich finden? Du bist gerade wieder hier. Sehr gut. Kann ein von dir helfen mir die Baute zurück? Ja. Ich werde zurück nach Campen und flachate die Irritable Miss O'Shée, der mehr Probleme ist. Ich werde die Jungs, und dich wieder hier, Arthur. Herr Arthur! Old Bronte. Der Schmerz. Ich weiß. Ich will ein paar gute Leute. Ich habe viele Leute gehört. Er braucht bestimmt einen bestimmten Charme. Ich werde dich bald sehen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. WELL? Wollen wir kurz was trinken? So. Hoppla. Was kann man denn hier noch so herstellen und kochen, ne? Aber noch bisschen was Fleisch da, oder? Ja, ein bisschen. Leider nur die zwei. Aber was soll es, ne? Pässe als nichts. Ähm. Hm. Hm. Ich lage es mal. Na, kochen wir mal das noch. Dass wir ein bisschen Vorrat haben. Auch gelagert. Weg. Na, schon. Feierchen aus. Nicht, dass es einen Waldbrand gibt. Das wäre auch witzig, wenn sie hier den kompletten Wald abfangen können. Das ist eine Tasche und schaffe Platz. Ja, aber ich habe doch voll die spannenden Sachen dabei. Vielleicht muss ich mal zum Heeler wieder gehen. Ich stehe jetzt so fertig in der Nähe. Hm. 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 Glück ist schon. Ich mache es mal, dass wir vielleicht ein bisschen Dings. Wir brauchen ja wieder Geld für unser Pferdchen. Können wir jeden Dollar gebrauchen. Jeden einzelnen Dollar. Brauchen wir dafür. Ozzy. warmth ist noch die Frage. Wenn wir das Materie Gerät haben auf dem 설명е.